Jo Leute, willkommen zurück zu Xenoblades. Wir sind hier letztes Mal stehen geblieben mit den Juwelen. Ey, ich glaube ich habe alle, oder? Ja, wir lassen das erstmal und jetzt rüste ich mal aus. Ausrüsten. Charaktere, Juwelen. Maximal KP will ich bei dem nicht. Ich will bei dem Angriff. Angriff 139. Let's go. Hier will ich auch Angriff. Hier habe ich mir keine Heilung gemacht. Dann würde ich hier auf Safety den den Was, soll ich auf Angriff oder Geschwindigkeit gehen? Da wäre es natürlich Ich gucke mal, was das für ein, ob das, ob der Unterschied krasse ist. 100 Leben ist bei dem natürlich ein Witz. Deswegen würde ich bei dem sagen Angriff. Hier auch Angriff. Full Attack. Alter. Geil. Also das Game wird von Stunde zu Stunde geiler. Muss ich schon sagen. So, gehe durchs Ödland. Ne, ne, ich habe nur die Folge beendet für YouTube. Die hat schneller angreifend, ne. Bin ich mal gespannt. Okay. Und bei der? Der ist sowieso schnell, aber ich habe das Gefühl. Das ist doch komisch. Kommt da einfach noch ein Gegner. Von der anderen Geschwindigkeit ist es noch nicht so viel gemerkt, aber... Ich dachte, ich habe das besser als gestern. Okay. Immer sechs Leute in der Partik ist nicht ordentlich ab. Ja, immer sechs Leute. Das hat mich auch gewundert. Aber du hast angefangen mit drei. Und dann sind nochmal drei dazugekommen. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass man dann von den sechs Leuten aussuchen kann. Aber nein, es sind alle sechs dabei. Die ganze Zeit. Immer. Guck mal links. Ist schon ein bisschen krass, ne. Zum Schluss sind es 40. Ne, ne, es bleibt bei sechs. Tatsächlich. Oh, wir können sie tasseln. Also 15 Elite-Gegner habe ich eigentlich kein Bock drauf. Oh, da hinten ist Rot. Was war Rot nochmal? Rot war nach Hause schicken, ne. Scheiße, muss man eigentlich hin. Was war eigentlich hin? Das waren Elite-Gegner, aber vielleicht schocken wir denen. Hier müssen wir schocken. You think you're all that, do you? Come here. I got something for you. Thanks. Make it quick. Smooth as always, Noah. Ha! Air flash. Crash out. Crash out. Extra. Up here. Komm, schwank, mach mal jemand um sie auf mich. Umwerfen. Schön. Bam. Wir müssen wieder warten, damit ich recht ihr Schwank machen kann. Wieder Schwank. Scheiße. Schwank mal schön. Angriffskette machen wir, oder? Bomber der Mauer war gut. 44 TP. 24 TP. 24 nur, das war ja nix. Aber wieso geht das jetzt noch weiter, obwohl ich Sorning ihn gekillt habe? Ja, also die Monster beeindrucken mich, die Welt nicht so krass, aber die Monster beeindrucken mich extrem. Das Monsterdesign finde ich richtig gut Stufe ab, das lohnt sich doch. Wieso läuf ich denn jetzt mit dem rum? Ne, warte. Ich weiß, dass es schlimm ist, aber es braucht zu tun. Ich weiß, dass die Monster beeindruckt. Welches Level haben wir jetzt? 14. Das ist gar nicht so schlecht, ne? Schaffen wir den 15er? Ich bitte einmal schwanken. Danke. 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 So, jetzt bitte Ohnmacht. Sehr gut. Nein, Schwanken ist geklopft. Keine Fakten. Was hat es gegeben? Boah, es hat gute EP gegeben, ne? Hey, kann ich dir etwas fragen? Hm? Es ist speziell, nicht wahr? Deine Bedeutung, ich meine. Um... Es schlägt. Warum ist das? Oh, du kannst es sagen. Das ist unglaublich. Es ist schwer, nicht zu sagen. Oh, genau. Ist es ein Geheimnis? Nein. Nein. Ich kann dir sagen. Ja, dann tell mal. Dann tell me mal. Tell me mal more. Oh Gott. Rückblende. Hätte ich mal nichts gesagt. Dann habe ich eine Art. Ich blinde Folgen rein. Das war's. Das ist wieder der Dicke. Wo kommt der denn schon wieder her? Ich verstehe das nicht. Wieso ist der so wichtig für die Story? Ey, Zidi, du weißt nicht, ob du dabei warst, aber am Anfang des Let's Plays, so die erste Folge und die vierte Folge war, glaube ich, komplett nur Cutscene. Noa, mein Mann! Kennst du den Vorgängern? Ja, Maynes hat dir eben gesagt, die Vorgänger hatten zehn Stunden Katzin. Das wusste ich über Xiloblade nicht. Das war's. Nicht nur ein Peep. Das braucht uns keine Anwälte. Oh, bitte. Ich war nicht ignoriert. Ich habe dich geholfen. Als ich den Set fertig bin, können wir sprechen! Na, was hast du gesagt? Noah! Für den Wettbewerb, du bist ein richtiges Peacock! Moin, Donnie. Los, nö, töte ihn. Was reiht, Donnie, so? Aber der, ähm, hat einen kleinen Sprachfehler, ne? Der Gegner. Oh, you'll get it now! Lance! Break it up now. Didn't know you'd be so petty, Garvel. Ain't got no time for this, musclehead. Wanna say that again? We'll settle this properly in tomorrow's trial. Move it! Noah, are you okay? Don't let it get to you. Guys like that are the first ones to snuff it in a real battle. No, I'm not worried about him. I really can't call my weapon, though. I worry I'll end up being a burden. Never thought that here. Not even once. Thanks. Kind of you to say. It's just the truth. Where are you going? To visit Riku, since it broke. The trial. It's tomorrow. I'm gonna need a new weapon for that. What? What's this? Magic sword. Lucky seven. In distant past were seven legendary swordsmith pawns. Over the course of seven years. Ford sword from seven types of steel. No other sword like it in existing. Magic. Was will ich haben? Kann ich das haben? Blitz. Please to give good cleave with blade and split clean and arms. Sure about that. Better not pull some. You break it, you bought it. Sneaky sort of deal. Riku would never dream. Just put all of heft into mighty swing. Weird ask. Uh, sure. You want me to cut it? I'll cut it, I guess. Here it comes. Das will ich, das Schwert. Weans, beans. There's not even a nick in it. Friends surprised? Indeed. It's most prized of sorts. Bestestes Schwert. Even armor of Peronis gets sliced to itsy bits. I think I'll pass. Pass? So you not have need for? Yeah, it's too strong. Hmm. Noah want Lance and friends to kick buckets? No, what the spark? Same as letting friends die. No, it's not. If friends not fight, cannot survive. Sure, but I don't need to use your sword. Then, why Noah not call blade? It's not out of choice. I just can't. Riku see through like transparent. Noah can call blade. Just no big desire of fighting spirit. Riku? Hey, is he serious? Noah? What the? All this time? Huh? If death is not option, should live. Only way is fight like life depends. Thinking of self alone is way of... Good morning, Vangora. Yes, it's wrong as released. I'm afraid of fighting you mean? Of this world. It's so brutal and relentless. And I'm afraid of what we might... Become. Mate. Ho, ho, ho! Riku knew Noah was hero material. Huh? It's true, this sword possesses incredible power. Might even rob enemies of many much lives, yes. But only those who understand nature of terror have right to use... Vielen Dank. Die Alerts sind leider aktuell aus, weil Streamlabs abgeschnirt ist vor ein paar Stunden. Vielen Dank für den Follow und viel Spaß mit den Following Notes. So, if no holy whole blade now can still keep lucky seven. Maybe in some kind of disguise. In different words can turn it into sheath. Sheath can use it in fights like normal. But if ever push come to shove, time will come when Noah truly need lucky seven strength. Ja, ich brauch das, ich will das. Then it's only matter of drawing. When I truly need its strength. Exactly. If no one never lose sight of that feeling, one day such time surely come. That is, if I can master it. If felt to master, just give back. Can pick out different one. Ah, right. Please not to feel specially indebted to Riku. Just take. No need for overthinkings. Huh, okay. I accept your offer. Oh, and Riku? What is? Mind if I change the name? Meh. Lucky seven just isn't doing it for me. Hat er mir jetzt das Schwert gegeben? Ich will das Schwert haben. So, what name did you end up picking? Huh? Um, name. Uh-huh. You don't want to say. Or what? Is it that embarrassing? N-No, it's not embarrassing. That's not it. Ha ha. I'm getting strong emotional vibes here. I wouldn't say emotional per se. Rather... Something I miss. Yeah. You know, you're the second one that's noticed this weapon. Really? Is that something special? It is. And the first? Who was it? She's incredible. And we owe her our lives. I think it's a Cutscene-Folge. I feel like it's a Cutscene-Folge. I think it will be a Cutscene-Folge. I think it will be a Cutscene-Folge. But what does that mean? Oops, they found us. There's a short break. We have to go first off. Oops, they found us. A Cutscene! Come here! I've got something for you! I'll keep going! I've got something for you! I've got something for you! This will keep me going! I've got the enemy! The enemy's broken away from me! Go here! I've got something for you! 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 The enemy's broken away from me! Mit 6 Wolves von 4 ein Kloppen, genau nach meinem Geschmack. Ich fühle mich total. Wir sind jetzt sehr nahe aus Egers Wilderness, nicht wahr? Ich hoffe, du kannst es kaum warten. Mühltal. Hier wird's Haarek. Was sind die Freunde Angst? Ich sehe signen von Patrolen. War es Colony 4? Colony 4? Colony of Bad Butt Elites led by Commander of Great Repute. Alle resten von Kevis bezeichnen ihre superiorität. Bist du sicher? Das ist Neal Valley. Genau. Wie Riku sagte. Aber wie kann das sein? Wie kann die Zone Kontrolle so weit entfernen? Du Scheiße. Was ist das denn? Ich tausche mein Pferd, äh mein Pferd. Mein Schwert gegen das Fahrzeug da. Oh! Billy! There you are, you monster Baby Endlich mal, wer wichtig ist Us monster Noah, schau Es kämpft nicht gegen die, ne? Ich kann mich gegen die besiegen Spiel können wir leider nicht weitermachen Welche gegen die kämpfen muss Aha It might not work but Noah It's alright Uh huh Ethel It's me Noah from Colony 9 You know us You saved us back in Colony 14 You raised my blade You must remember You say I helped you In Colony 14 You did? Really? I've no recollection of helping You This is far from all right It's pointless Sorry I thought I could convince her You should have known it wouldn't work You should have known it wouldn't work Chase them to the ends of the world Chase them to the ends of the world Not a single one of them can escape Ich glaube wir müssen abhauen Here comes trouble Whoa Visitors Enemy reinforcements Yep Just keep them coming No problem Look out Risky business Doesn't help that their cannons are way too accurate They shouldn't be able to see us from over there Tell me no location of banana and friends The iris Her red iris is doing this It's relaying our exact position to her troops Alcatraz war ein bester Viel vielen dank für den follow Die Aluids sind leider geradeaus Weil Streamlips abgeschmiert ist vor ein paar Stunden Viel Spaß bei den Follower E-Mods Again Die Soldaten Der ganze Squad Die heartless Mottes Guys Ich find's ganz gut Ich find's ganz gut Ich find's We're out here And there we can take cover from the volleys And after that Think about that later No plan B I didn't have time You can't run from me, Bratz I've got my eye on you Black Falk Really? Suddenly Falk Ha Ah, no big deal It'll hardly slow me down I still have eyes on the prize Topographical info update Is this like a rare thing? New enemy Vika Ha whack'em good Ah, more of them? Enemy reinforcements Was gar nicht wirklich lang muss Oh, da vorne wäre ein shiny Ich kann wieder nicht angreifen Wieso kann ich nicht angreifen? Alter, vier Gegner Das kannst du vergessen Kann Tio mal wiederbelebt werden, bitte? Alter, was ist das für eine Ah, das geht nicht Guck mal, ich kann nicht abhauen Get ironisch Good Entire Ex-R設 Enemy's broken away from me Come here I got something for ya You're a lifesaver Officer Black Wagon Blanca Unletem I love the enemies Enemy's broken away from me Dier Die 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 wir sehen gleich level ab das ist gut ich würde das level ab machen dann gehe ich da hinten in den weit von einem ganz gut zu überragend gemacht ja hat man kann ich leider nicht so viel zu sagen weil ich den ersten und zweiten teil nicht gesehen habe aber so wie ich das verstanden habe ist teil ist der teil hier eine brücke oder eine verschmelzung zwischen eins und drei weil die sind drei charaktere von eins und drei charaktere von zwei dabei wenn ich das richtig verstanden habe level ab nee noch nicht ein noch ein zwei noch kommen die zwei gegner die schaffe ich auch auch viel klar ich war mit mir schön Hallo Manni Oh, den Shiny Ach komm, wir müssen Das Level ist so nah Oh Gott, das ist eine Elite Vier Gegner, das wird scheiße Nur Heiler können Aufhelfen, glaube ich Level Up, das habe ich gebraucht Nein Nein Oh, guck mal Hier ist sogar einer mit Wegweiser Nochmal eben Spiel gleich durch nach 7 Stunden Ne, ne, das Spiel hat 70 bis 100 Stunden Neuen Apfel Vortex Die Zeitzone auf der Switch umgestellt Das geht? Ne, ne, ich hätte das Spiel früher bekommen Da, ne. Was ist das? schwanken sehr schön komm haut ihn um haut ihn um haut ihn um macht das bock auf mehr also bislang bin ich süchtig bin jetzt sieben stunden dabei und das krasse ist halt das game wird immer immer mehr immer mehr du also ich bin jetzt sieben stunden im spiel und es gibt immer wieder neue sachen kommt immer wieder was neues dazu das ist schon ganz schön krass ich habe fast die ganze hölle geklirrt ganz schön wild da ist noch mal ein shiny so geht es ja nicht heran Oh, es tut mir so leid, Appel Vortex, vielen, vielen Dank für deinen Prime Sub, ich habe leider die Alerts aus, also nicht extra, sondern weil Streamlabs eben abgeschmiert ist, vielen, vielen Dank für deinen Sub mit Prime, viel Spaß mit den Emotes, vielen, vielen Dank. Mann, das nervig, dass die Alerts aussehen, die sind morgen wieder an, aber jetzt während des Streams, ich kann OBS halt nicht neu starten. Oha, oha, was ist los? Will ich drauf? Ja, ich will drauf, ne? Wie viele sind das? Drei. Das kriegen wir hin. Wenn meine Mods da sind, Leute, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber gerne auch mal dann was sagen. Shad eben kaputt gegangen. Wenn ich den Shad anmache, sieht das so aus. Hab ich da so einen Fehler. Ist leider so. Machst ja nix. Was sollen wir da sagen? Ja, dass ein Sub reinkommen ist. Nein. Dann was? Sorry, wurde erst nur angekratzt. Ja, das ist so krass. Wie groß ist das Game? Oha. Auch wenn wir engagieren, die anderen Soldaten nicht Backup geben. Es ist wie, dass niemand von ihnen Orders gefordert wurde. Du überdenst es. Ich dachte, ich war es. Hey, Noah. Ja, ich agree with Tyon. They did seem kind of slow to respond. Oh, noo. Level 16er, der machen wir perfekt, oder? Oh, hier kann man, kann man endlich mal wieder leveln. Oh, und ein Händler. Hallo. Hallihallo. Verkaufen. Der brauche ich ja nicht. Kaufen. 7.000. Ausweichrat um 10% erhöht. Und den Infektor anvisieren. Schadenklapp hier bei 3% weniger liegen. Weniger liegen. 5 Punkte erhöht. Erhöht Schaden um 10% pro Gegner, der am Kampf teilnimmt. Das heißt, 3 Gegner, 30%. Nicht so spannend, ne? Was sollen wir bekommen? Leveln wir mal hier. Stimmt, ich will wählen, können wir auch mal gucken. Siebzehn. So nämlich. Ich fühle mich definitiv stärker. Wenn wir 17, ich glaube, wir haben jetzt auch, ich habe jetzt auch was Neues. Ein Juwelensteckplatz oder so. Wir müssen jetzt Juwelen craften, Leute. Wir müssen jetzt Juwelen schmieden. Die Frage ist, was kann ich alles schmieden? Brandexplosionszahn. Wir haben den einen doch auch hier markiert, ne? Doppelten Treffer pro Auto. Das wäre natürlich mächtig. Mit Münzen herstellen. Wie viele Münzen habe ich denn? Ah, guck mal. Ich glaube fast, die Münzen spare ich mir erstmal auf, oder? 40%ige Chance. Zuvermächtig. Also ich, oh. Wir brauchen das hier mal für einen Heiler. Detailkraft, das brauchen wir auch für einen Heiler. So, dann hier nochmal was. Angriffskraft. Bei kritischen Treffern. Schwächungen. Agilität. Was ist überhaupt Agilität? Ich baue das jetzt mal, aber was ist Agilität? Geschwindigkeit wahrscheinlich, ne? Anschlüsse erhöhen ausgeteilt. Schaden von 25%. Was sind denn Anschlüsse? Schau wieder. Ausweichrate. Agilität ist Ausweichrate? Oh, das ist gut. I am Francis. Vielen Dank für dein Follow. Sorry, die Alerts sind geradeaus wegen Streamlabs. Das schwackt rum. Viel Spaß mit den Follower-Emotes. Vielen, vielen Dank. Jetzt gucken wir mal eben. Oh, Kampf. Brauchst für den nächsten Kampf. Wie sie es hier handhaben. Ja, das ist halt die Frage, ne? Ob es die Geschwindigkeit ist oder dann auch nur die Geschwindigkeit im Kampf. Ich wollte, genau, ich wollte mal hier gucken. Vielleicht kann man sich das anzeigen oder erklären lassen. Charaktere. Werte, Werte, Details. Ne. Einzelheiten. Ne. Autoausrüstung gibt es. Wir gucken jetzt erstmal wegen Juwelen. Ach, ab Stufe 20 war das. Okay. Aber bringt trotzdem was. Wir können hier mal... Das. Das ist wichtig. Äh, stirbt, dass das mehr geheilt wird. Ja, was ist Agilität? Ich kann mir das doch bestimmt irgendwo erklären lassen. Einzelheiten. Agilität. Ne. Stufe 20. Ich hab doch irgendwo krieg ich was Neues mit Stufe 15. Stufe 30. Techniken. Stufe 20. Talente Stufe... Wo hab ich denn Stufe 15 gesehen? Hab ich... Hab ich das geträumt? Ey, die ganzen Klassen sind jetzt fast frei. Und... Da müssten wir eigentlich echt mal gucken, was am besten ist. Mio hat die höchste Agilität. Da würde ich auf Geschwindigkeit tippen. Mio... Agilität 55. Ja. Also reine Geschwindigkeit, nicht Ausweichrate. Okay. Ich weiß auch noch nicht so ganz... Was ist Geschick? Was bringt mir Geschick? Es ist schwierig. So eine Fellsocken. Hier werden Stubbericht zu 20. Ja, Schau. 15%. Okay. Wir lassen es jetzt erstmal so. Gruppenboni. Harmonieboni. Erhöht das Lauftempo. Was ist das denn? Harmoniebonus. Ey, da kommt noch so viel. Oh mein Gott, ey. Weißte Trefferchance oder Crit. Crit könnte es sein, ne? Stimmt. Wo habe ich denn das mit Devil 15 gesehen? Nirgendwo, ne? Habe ich geträumt. Schade. Okay, Level 20 geht es dann weiter. Oh, Ausrufezeichen. Oh, Ausrufezeichen. Ausrufezeichen hat immer eine hohe Wahrscheinlichkeit, etwas krasses zu droppen. Ich bin mal gespannt. Und? Ich hoffe, da war irgendwas Geiles dabei. Man steht so vertrogen. Oh, Ausrufeichen. Non. Da ist los. Dolente Allein. Wie? über 아니에요. Überall 지난 zombies. hitting so hoch. Los armed. four with anger. reviews? Los mit derầu. oh guck mal da ist äther oh gott muss ich ja für den besiegen ich glaube nicht ja ich bin weg ich bin weg mein guter ich bin weg gibt welche ab attack speed könnte agilität sein stimmt attack speed das wäre gut all schmerzen bis zu den ohren hoch ach du scheiße es tut mir so leid digga das ist ganz ganz hart we can get down from the left side with any luck we can lead them the wrong way ach ja wir werden ja immer noch verfolgt schon wieder vergessen oh das war aber eine nahaufnahme billy billy bist du jetzt von der couch gefallen oder vom stuhl so unfortunat billy liebst du noch sie hat uns als ein buch ethel du hast wirklich nicht wirklich uns als alles schrecklich die seite von dir sprechen die wörter von mann es macht meine Haut kräpfe oh nein ich kann nicht gegen die kämpfen direkt nasen bluten ist so billy wir können nicht gegen die kämpfen was soll ich jetzt machen erst mal gegen die billigen leute erst mal gegen die blühen jaja Ja, das ist nur D. So, da bestimmt gleich den übelsten Schlag raus. Ich fühle mich gar nicht gut dabei gegen die zu kämpfen, Bedi. Oh, nicht gekauft, natürlich. Ja, das ist nur D. machen kann für mich nach der nummer fragen ich mache ich so jetzt machen wir die angst kette zu halten halten alter übertreibt doch nicht Was ist doch nix, was sind 2000 Schaden? Gut. Das war ganz knappe. Das war schon besser. Echt? Ist das noch jemand aufgefallen, was der Serun da sagt? Vielen Dank für die Info. Ist mir bisher noch nie so aufgefallen. Kann das jemand bestätigen? Nein. Es tut mir so leid. Sie ist viel zu gut. Oh, sie lebt noch. Sie lebt noch. Ich gucke nicht aufs Mike. Wir fanden das eigentlich ganz gut. Mächtig. Ja, aber... Was ist passiert? Sie hat einfach... Was? 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 Wieso kann er sich... Wieso kann er sich... Oh. Das ist, weshalb ich nicht weit stehe. Und wir waren nur zum guten Teil gekommen. Dem hauen wir jetzt auf die Schnauze. Ethel! Ich glaube, es ist mehr Spaß hier. Nun, nicht wahr? Der Böse Boss. Der muss sterben, ist so. Der muss weg, Leute. Synchronisation. Das machen wir aber mal sofort hier. Synchronisieren. Let's go! Der muss weg. BAM! Wir können umgrenzt Oberrustechen erhalten. Denken nur, dass sich der Hitzeleiste mit der Zeit erfüllt. Auch mit beenden. Ich will die nicht beenden. Den hauen wir weg. Ich weiß nicht so ganz, was die beste Attacke ist. Hohe Crit Rate. Dann machen wir lieber hohe Crit Rate, oder? Ich glaube, es ist doch nicht so alt. Hä, wurde es nicht nur beim Geist. Wenn mir geht's nicht weiter. Was macht, was ich immer wieder zu sein? Ich habe es nicht für dich. Ich bin ein Sachen für dich. Es ist gut. Was ich da? Dass du dich nicht noch seinst, hat sich etwas tun. Und es ist so, dass du dich nicht nötig. Ich wusste gar nicht, dass er jetzt hier auf einmal so komische Leute dabei hat. Konsul K. Schlimm verwandelt er sich gleich eh auch noch. Ist da wieder so behinderte Gegner dabei? す Horst. Ich muss sie durch etwas Hände etwas noch wom specs. Ich muss sie durch alles andersrum. Ich kenne dich noch Dash Kiten. Sieben hier obenrum, ich kenne dich. Ich glaube, als nächstes mache ich mal die Synchronisation mit den Verteidigern, oder? Na, guck mal, wir haben hier Angriffskette, das machen wir doch immer. Der Wusterbe der Dach, verliebst ihn wieder und tötest ihn nochmal. Er wird sich verwandeln in die nächsten beiden, beziehungsweise es werden das nicht, dass er noch schwer ist, ja, das denke ich auch. Das war ja gar kein Schaden, was war das denn? Oh Gott, das ist ja nichts. Das ist nicht der Ende. Achten, für 51 ist mächtig. Das ist nicht der Ende. 35 k Nein, das hat er recht. Ist noch gesperrt bei den anderen. Hier. Hey, greift doch an. Legend is silent, vielen Dank für dein Follow, weil da sind die Lurts aus. Vielen Dank für den Follow, viel Spaß mit dem Follow Emote. Das nervt übel, dass der Streamlabs abgeschmiert ist heute. Wieso ausgerechnet heute? Jetzt verwandelt er sich, ne? Da ist er. Er hat sich geändert. Er sieht genau wie der andere. Das ist Iris. Also er war derjenige, die die Truppen kontrollieren. Nobius. Die sehen übel krass aus, ne? Die Gegner. Ich muss sagen, Gegner-Design gefällt mir übel gut. Das könnten auch richtig geile Elden Ring-Bosse sein. Sie sehen, wie sie healing. Alles gut? Er hat es wieder gemacht. Er hat es wieder gemacht. Nobius. Jetzt macht das da um diese Flammenohren Sinn. Die werden alle kontrolliert von diesen Typen. Und die sammeln für diese Typen diese Flammenohren. Wie, 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 also wie die Knechte. Holt er jetzt sein krasses Schwert raus. Was ist verfunkt? Schon wieder. Unsere Freunde von Kolonien 4. Wauw, Noah. Sie sind nicht deine Freunde mehr. Sie sind seine Führung. Auch so. Diese Soldaten werden mich verspüren, wie Glitterradischen in der Saison. Ist so, Willi. Alle sind sauer auf den. Ich hau den jetzt weg, Leute. Ich hau den für euch weg. Sobald die Katze ihm vorbeist, hau ich den weg. Ich hol mein Lucky 7-Schwert raus und hau den weg. Da muss ich einen Weg geben. Was, wenn wir... Aber dann... Was? Habt ihr etwas gedacht? Komm schon! Die Flammenhöhre. Was, wenn wir ihn schrauben? Du hast gewonnen. Wie soll ich wissen, etwas wie... Was, hast du gesagt... Aber... Was, wenn wir einfach zu töten, alle? Wenn wir immer so, wie das, dann sind wir alle sterben. Ruck in einem schweren Ort, huh? Wenn ein Leben verletzt wird, ich werde nicht lassen Sie sich nur mit einem Schwerchen. Mia... Ich denke, es ist Zeit, dass wir uns zum Schluss kommen. Amerelli, ein halbes Jahr, die Zeit fliegt. Vielen, vielen Dank für den sechsten Monat. Vielen, vielen Dank. Sechs Monate. Auf die nächsten sechs Monate. Wie schnell die Zeit vergeht, ja. Vielen, vielen Dank, Amerelli. Vielen Dank. Was zum Funken? Was ist das? Was zum Funken? Was ist das? Was ist das? Ich denke mal auch, dass das so ein F-Wort ist, was zensiert wird. Ich weiß, was du denkst. Aber... Wegen Zensur machen sie Funk. Ist so, ne? Aha, wer hat's gecallt? Wer hat's gecallt? Der gute alte Manus hat's gecallt. Um wie er's gecallt hat. Er hat so gecallt. Ich liebe es. Ich spreche die Aussehen. Bam, die sehen geil aus. Ich mach nur noch den. Viel geiler. Heftig. Lanz. Das ist das. Das ist das. Du musst... Ja, Amerelli. Hab ich auch eben im Stream mitbekommen. Wurde ich mir den Nachher im Stream noch angucken. Ich hab schon ein paar Strecken gesehen, eben auch ganz kurz mal geluscht. Ich werde auf jeden Fall direkt ein neues Mario Kart Turnier planen, ne? Ja, ja, safe wieder Mario Kart Turnier. Naja. Weiß noch nicht die Regeln, aber es wird auf jeden Fall auch wieder was zu gewinnen geben. Also, checkt alle Discord aus, Aussuchezeichen DC, falls hier jemand dabei ist, der auch gerne bei Mario Kart Turnier mitmachen möchte. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Jetzt komm ich raus. Komm her. Komm her. Komm her. Ich hab's nicht. Das wird diesmal nicht so viel Arbeit für dich sein, Lotzke. Keine Sorge. Die auch noch? Ich will nicht, dass die mit diesem Tal... Wie heißt der nochmal? Ich will nicht, dass die beide verschmelzen machen. Und dann, wenn ich dich nicht... Lied für die Koffe. Ich find die Story aber geil, ne? Geil geschrieben. Okay, die einen machen Schutz, die einen Angst und die machen die komplette Heilung. Wer ist das? Habe ich? Ich hab's gemacht. Woah. Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Oh, gut. Nein! Mio! Jetzt nicht bei uns! Ja! Was? Der F***? Das ist ein F***! Komm her! Komm her! Wo sind sie denn? 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 Ich weiß das. Dem geht's grad gar nicht gut. Wieso geht's ihm nicht gut? Da musst du mal besser hingucken. Wieso? 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 Blutverlust? Ja. Der grad Nasenwuten. Wieso? 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 Okay, er hat also F***! Als Verschmelzpartnerin aussuchen Da geht Billy steil Wieso können die eigentlich jetzt random fliegen? Und gleich glaube ich wieder in Schrittgeschwindigkeit überall lang Verschmelzen die beiden auch noch Wenn die dich auch noch verschmelzen Ah, der nimmt jetzt das Schwert? Dann vielleicht Mia, versuch mal Kansel die Interlink, bevor wir zuhören Was ist der Plan? Sieht, wie die Zeit kommt Was bist du da? Feier, bereit, wenn du bist Nein, wir Ah, der hat das da drin Der hat das da drin Geil Ah, der hat das da drin Die Story geht aber schon seit 8 Stunden so und langsam, langsam, langsam bin ich hocht, ich sag's ehrlich. Langsam ist geil. Man versteht es auch so langsam, übel nice. Jetzt ist es so, jetzt bin ich traurig, wenn ich wieder spielen darf und die Cutscene vorbei ist. Die Musik, der Chor, so Star Wars Feelings. Jetzt geht's ab, jetzt geht's endlich ab. Direkt noch verschmelzen. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wir dürfen ihn noch nicht zu schnell besiegen Dein Gesicht rauscutten Ich versuch's, okay? Ah, guck mal, die machen sich auch selber zusammen Geil Ein bisschen hier hinrücken Alter, der viel Leben Guck mal, die haben ein Doppelherzchen auch Voll gut Link Oh, Andruskette ist bereit Andruskette Oh, Doppel? Oh, Doppel Gut Gibt's eigentlich auch was anderes als gut? Die Folge geht schon wieder viel zu lang Ja, wir sind bei über 1 Stunde 24 52 Alter, der hat so viel Leben, der Typ 28.000 ist auch schlecht Ohnmacht, sehr gut Ohnmacht, sehr gut Mega-Drehungen gibt's auch irgendwie Ich hab's noch nicht einmal gehabt jetzt Alter, der viel Leben Boah, das war ein Tausender Boah, das war ein Tausender Ohnmacht Ohnmacht, unrein da Wie viel Schaden mach ich? Das war ja nicht viel Fangen Rein hier Hat er sich geheilt, der Sack? Hat er sich geheilt Das war ja noch einen Tausender Was ist das? 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 Danke dir? Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Das? ist das? Das ist das? Was 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 ist das? was?